Äh, 31 brauche ich noch. Jetzt gehe ich in die Stadt rein, meinetwegen. Okay, achso, ich bin auf dem, okay, mein Fehler. Warte mal, 35 draus, auch gut. 28. Uh! 2900 und... 2900... 2900... ...und... ...600. Okay. Hm. was haben wir denn hier, teacher, okay, government, transfer, naja, advisor, production, accommodations for you, list of pirates, defense, oh, upgrade 600,000, oh, the ski house, my Natasha, whoops, so, mama's in, I'm black, school hospital, manor, you have the right to build your own manor, it's the old town palace, this will make the town, you know, hometown and allow you to marry, wunderbar, cost natürlich auch ein bisschen, school, hospital, spade, shipyard, to build any ships, she can't ship a bone, oh man, pavement, oh, this is a toy, firehouse, poorhouse, spread defense, brothel, embassy, embassy, business with a nation's treasure fleet, you can, call your town, push common, haaaa, ja, das ist mir das, was ich hier bauen kann, bauen wir einfach mal so ein Viertel, wir haben noch 400.000, Oh, die kann ich überall hier bauen, das ist natürlich cool. Trees and plants, that you park, achso, wir müssen Park da einbauen, naja, ich baue dann auch mal ein Brunnen hierher, da gehen wir mal nach Kohle, ein Ratho, mitten rein. So, ich habe mehrere Bauern, scheint ja fast so, ne, und ein Porehouse, bauen wir direkt hier hin, School, Hospital, Firehouse, ja, wenn wir die eh schon alle hier hinbauen, bauen wir es auch gerade da hin, man kann mehrere Feuerhäuser bauen, Park, warum nicht, bauen wir dann hier ein Park hin, das ist das hier. Kann man irgendwas hier mit einer ... Ah, da oben sehe ich die Art von Statue. Das ist halt die Frage, wo ich die bauen kann, ne, weil ich kann kein Gebäude ersetzen und einfach hier irgendwo hinstellen. Da ... 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 irgendwie schaffen mittlerweile ist ja auch verhandeln ganz gut geworden ja sagt meine balance ein bisschen was an geld verloren 400.000 da wo muss ich hin für der mai machen wir das noch steine fehlen das hätte ich ja nicht erwartet ihr habt doch so viele steine beschwert euch nicht kriegt ja noch etwas anderes wieder freuen könnte schon haben sie vergessen dass ich böse zu ihnen war ich meine es war jetzt auch geld gekostet aber naja trafisher map received nur eine gute ohne ok enttäuschend sieben punkte 17 punkte es ist gut zu sehen war weiter alles klar Nein. Tofu, I will present to you the promised vessel our nation has ever birthed, however, I must first ask you to visit the church and commission a wedding celebration. Take over. I don't know if it's in the other city. I'm just not going to tell you. Um. Kirche. Pray. Wedding. Deliver me the goods, and I'll arrange an exhilarating celebration. Uh. In Slugger House, huh? Oh, um. Must be in your warehouse. Okay. Okay. Das heißt... Ah, ich hab keine Früchte dabei. Äh. Ich hab mal Brot dabei? Das ist mal am Anfang. Dann müssen wir wohl gerade noch eine Hochzeit organisieren. Ähm. Es ist gut zu sehen. Warst du sicher, dass wir mehr Arbeitern brauchen? Was war das? 120, oder wie? Das sind so große... Also, doofe Zahlen. Keine... Nicht 100 oder so, sondern... 120... 120... 120, 120 und 60... It's good to see you. Were you aware that we need more workers? 50 60 fleisch ich weiß auf jeden fall wo ich herbekommen und darum ist er also früchte stelle ich selber her 120 brot schwieriger früchte stelle ich selber her sind keine 120 aber gut fleisch und brot noch also kleinigkeit ansonsten stoff übrig metall gute menge kakaobohnen die haben nicht zufällig fleisch ich eigentlich nicht behaupten aber die wollen kakaobohnen also ich das auf jeden fall schon mal kein brot kein fleisch aber ich weiß wo irgendwo hier müssen die fleisch haben durch ich steuere das ganze haben ja genug geld eigentlich nicht zufällig ich weiß wo noch back wahnsinn was nicht wenn man so ein bisschen was weiß ja 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 das gefällt euch nicht da könnt ihr hier die 15 kakaobohnen haben seid auch sicherlich wieder glücklich drüber aber ihr wollt auch kakaobohnen jetzt leider nicht mehr jetzt leider nicht mehr mehr stoff habe ich noch dann gehen wir nochmal nach veracruz ein paar steine zumindest 42 60 war das ziel 60 war das ziel nicht mehr und und das aber die dann brauche ich noch rot und auf jeden fall steine das kann man auch gerade machen auf dem weg zum brot sollte das schon klappen alles habe ich genug ein bisschen die haben auf jeden fall brot die hand die arsten aion port royal solche stadtmensionen das andere so das kann ich wie viel brot ich schon habe weiß ich echt nicht natürlich nicht gemerkt gehabt ins warenhaus kommt vielleicht fehlt mir noch brot verdammt und früchte da bräuchte ich noch 22 hier können wir dann loswerden die steine so viel steine stoff metall als nix aber wir können aus dem lagerhaus noch mal ein bisschen was an früchten mitnehmen okay menschen neue hometown so dramatisch steine das noch 300 übrig ist da kann ich mir okay hmm prosperity 28% steigend daily tax revenue town treasure advisor of pirates defense ja lerne na Henne na enough money transfer money wunderbar Interessiert in trading some goods? Ja. Sehr gerne. Ja, gut, der andere Kram, der muss jetzt alles gebaut werden. Das dauert jetzt halt. Tja. Käpt'n, du wirst noch ein bisschen aus deiner Erfahrung sammeln müssen. Gut. Tsss. Hm. Na gut, versuchen wir mal, ob wir genug haben. Ich schaff's einfach mal. Lade mal das Brot nochmal ab. Das Brot haben wir. 104. Oh, leck mich da auf den Arsch. Nein. Oh, 104 im Dings. Okay, wie viel brauchen wir? Wir haben 96, also brauchen wir 24. 24. Äh. 24. Äh. 24. So. So. Es ist gut, dass du dich weißt. Ja, aber, äh, heißt das, ich brauche mehr, äh, was sagen denn die Häuser? Die müssten doch eigentlich, oh, äh, Resession, immer noch. Ist natürlich da nicht ganz so, lass mal sehen, was wir übrig haben, haben immer noch Mais übrig, haben, total übrig, naja, nicht so viel rum und der anderen Kram, Skalion, äh, äh, ja, jetzt müssen wir wohl warten und, ähm... Oh, okay. Stimmt, ich habe lange nicht mehr die Handelsrouten angeguckt. Profit ist bei 1100, 700, 1100, 1400. Boah, die waren voll. Was ist das? Ah, Profit, ne, Verteilung, Santiago, okay. Billion Contract, Liner, Wargallion, Caravelle, wo finden wir denn die... ... ... da oben, wo finden wir die Geschwindigkeit? drei floyd 800 800 42 tage bis das schiff kommt aber das lohnt sich das lohnt sich am ende richtig ja gut 6000 ja das kriegen wir schon hin soll das hier auch noch verteidigungsanlagen okay dann mal unser lagerhaus noch voll natürlich stehen auswählen lagerhaus ach da war was ja 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 wie wäre es mit da ich ja eh viel zu viel produziere sagen wir 130 das heißt wenn eine keringe knappheit entsteht verkaufen wir direkt an die eigene stadt was ja auch kein fehler ist vor allem müssen dann die ganzen herr sind die schiffe dann nicht eventuell nicht so viel mitnehmen nachdem je nachdem das ist der den ich getauscht habe ja ja sie ja Und er hatte zwei Kämpfe, Supply, ja meiner kann jetzt reparieren, hm, ich weiß gar nicht was, mal sehen, das Treasure Map, das sieht mir sehr nach England aus. Aber, das finden wir dann bei einem Anlass raus, weil wir dann jetzt erstmal, oder ich dann erstmal eine Pause machen, weil wir drei Uhr nachts haben. Und da, oh, England ist es auch sehr freundlich gesonnen, ob ich mich in Frankreich anlegen soll. Wäre schon witzig, mich in Frankreich anzulegen, aber das sehen wir dann nächstes Mal, wenn dann unsere... Dings... Unsere... Botschaft, wenn unsere Botschaft gebaut wurde. Also, wir sehen uns dann, bis nächstes Mal wieder. Ciao.